Hallo und wir dürfen recht herzlich die beiden Athleten begrüßen. Mit der Startnummer 31 Maximilian Sarra, Team Holzer-Murnau. Und mit der Startnummer 32 startet der Felix Schäfer-Polskurchen-Würthburg. So, jetzt darf ich an Marike, unsere Hauptkampfrichterin, weiterleiten. Kann los gehen. Doppelbizeps. Elabuch müssen aufmachen. Nur auf die Beine bin ich gut. Latissimus. Sehr schön. Seitliche Brustpose. Guck auf die Feinrichtlinie. Höfermaus. Doppelbizeps-Rückenansicht. Sehr gut. Höfermaus. Stopp. Hintern. Ja. Latissimus. Reiter. Ausstrahlen. Seitliche Trizeps-Pose. Sehr gut. Trizeps. Wohl Luftausfläge. Super. Ja. Bauch und Beine. Lufthraus. Lufthraus. Nicht ganz spannend. Dankeschön. Und eine Minute freies Postdown. Applaus I got this feeling and my face is straight, it's coming off the track, all that is off the line, the devil needs to ride, because we hate you, love I'm riding, and it's worth it at night, I'm coming back to you. Dankeschön. Jetzt dürfen Sie sich gleich einzeln präsentieren. Maximilian Sarra darf auf der Bühne bleiben. Maximilian, bist du bereit? Geht's? Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt haben wir die Stapelmar 32, Felix Schäfer, Oldschool Jim Würzburg. Applaus ... 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